So Leute, herzlich willkommen zurück! Diesmal sind wir immer noch in diesem schönen Ding hier. Ich wollte ja eigentlich mit der Labern, das mache ich aber erst jetzt. Hi. Was gibt's Neues von Glenn? Ah. Nichts. Ist er okay? Ja, ich denke so. Du machst einen guten Job. Kann ich dir nichts holen? Ich bin okay. Vielleicht bin ich ein bisschen hungrig. Still. Hunger? Ja, es war nicht mehr. Ich weiß, Glenn. Ich werde sehen, ob ich etwas anderes für dich finde. Also, ähm... Bist du okay? Was? Ja, ich bin okay. Ich bin gut. Das ist gut. Ja, ich denke so. Ja, ja. Du bist gut, ist gut. Beinhalb der Situation. Ja. Genau, alles... Halt durch, Kleine. So. Hau mal irgendwas zu. Hä? Ist klar. Ähm, ja, hier haben wir noch mal kurz... Not klopfen. Ist klar. Da haben wir wieder die. Okay. Eigentlich... Ich meine da ist... Wir müssen wieder... ...wunderbar. Ja, nochmal... ...hau mal. Alles klar. Okay. Das ist natürlich wieder... ...wunderbar. Ich habe jetzt halt... Ah, die Batterie habe ich ja gefunden. Das ist ja... Schon gut, dann kann ich ja wieder zurück zu der alten. Und die Batterie mal... ganz fies. Ins Radio. Stecke. Gut. Okay. Das ist cool. Alles klar. Ich würde sagen, gucken wir es mal nach außen um. Aber sicher. Dann gucken wir das Ganze mal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Oh, ich habe mich aufhagert. Was ist denn hier los? Techno-Raid, oder? Ich werde das Ganze mal an. Ich werde das Ganze mal an. Genau. Vielleicht eine gute Idee. die was die bumserei was gettendorf haha 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 ok 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 i think they're most of who you see wandering around out there haha sure it's a combination lock hey man what are you doing we can't even think about going out there unless the keys are out there for sure look at the one trapped over there better him than us oh oh what do you know that guy he could be a drugstore employee so you're saying he might have the pharmacy keys i'm saying he might have the pharmacy keys mhm that's not good that's not good that's not good that's not good i'll see what i can find i'll see what i can find isklar gut wunderbar i think you can do anything with this you know what i could do what's that huh it's universal i could program it to work with those tvs across the street just hope the power is still on you can just do that you can just do that huh i memorized all the codes when i was in AD let's try well fucking done doc all that dork nonsense might save a life who's to say it already hasn't i got a few of them to take notice that's already good but not enough yeah yeah it's really loud and i'm sure they're making a lot of noise behind their glass i can't reach that brick why can't i get that secret i can't reach that brick i can't reach that brick those things like tv or at least the sound of it if they were louder we might be able to clear the street tja wie komme ich nur an diesen ziegelstein ran den bräuchte ich den bräuchte ich den bräuchte ich wirklich mit dem stein könnte ich Scheibe anwerfen und werden lauter eh eh tja du musst bei ihnen gedankommen ne tja 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 verrupter tja 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 machen zu viel zu viel zu viel wie könnte ich nur an den stein du denkst du es geht so far druckstrasse oder die tippe was dort ist um um er kommt die bergung die mit der in vielleicht finde ich was mit dem ich an den plöten stein irgendwie kommen aus dem bruch erst mal ein bild als beweis dass er hier gearbeitet hat hallo so das war es nochmal wieder zum thema bild ach echt das eis ist geschmolzen wäre ich nie drauf gekommen gut schön mädel warum bist du überhaupt hier drin Oh mein Gott, der erste Hilfekart Toll, warum war das gerade eben zum Glück? Ach der Scheiß Das sind ja wirklich die Ältere gewesen Oh mein Gott Hm Oh mein Gott Tja, genau ich bin Lieber guter Kerl Ja, klitzekleines Problem haben wir dann Gut Schaut mich echt, wie das alles merken kann hier So, wir haben jetzt ein Bild Das beweist, dass der Typ da hinten Ähm Der Hilf der hinten Gearbeitet hat Das war mein Vater Das war mein Vater Er hatte ihn hier von Zeit zu Zeit War er krank? Nein, er war okay 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 Das ist natürlich cool So Warte mal hier Die Tür freigeräumt Ja Das war die optimistischen Leute hier bei der Apokalypse Immer gut Immer gut Okay Okay Wird er wieder etwas patzig hier, aha Ja 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 Mach Aber Es ist wirklich Ja Die Familie ist weg Und ich glaubte, die Sachen hätte besser sind Ja Ich bin in ein paar Probleme Ich war nicht mit ihnen noch ein paar Jahre Das war ihre Karte Aber wir würden es diesen zwischen Ah, das ist der Schamfreunde, der kleine hier. Ja klar, da hinten war doch erste Hilfe Ding. Lass uns das Kettbewerb ausführen. Ja, bitte. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Ja, ja. Aber wir sollten uns aufhören. Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie versuchen. Bleib bei mir und bei ihnen, okay? Ja, ja. So, nun. Oh. Äh, klasse. Der Schlüssel hat er alt da hin. So, geht dem Mädel gut. Klicke hier zum Finger. Alles klar. Ja. 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 Vielleicht nicht der schwere Mann. Ja. Wir halten uns auf ihn. Und es war das Ding in der bathroom. Es hat mich versucht, zu holen. Ich weiß. Aber du hast es aufhören. Ja, ich habe es gemacht. Kannst du das mehr machen? Ja. Ja. Ich bin nicht aufhören. Ich meine, die gefährlichen. Ich werde versuchen. Ja. Ja. Ich werde immer nachher schauen. Okay. Ach Gott, ist die so kleegoldig. So. Hey, da liegt alles voll da. Lass mich weit durch. Da hätten wir doch noch nichts hier. Kuck auf. Gehen wir da wieder raus. Okay. Ja, bleib immer schön bei den anderen Jungs. Das ist alles cool. Hey. Genau. Wir wollen ja nicht hier, dass die denkt, ich hätte auch jemand normal umgelegt. Sagen wir, zeigen wir den Leuten das Bild. Und gehen mal ganz fies dann rüber. Und lenken die anderen ab. Und so weiter. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. Bis dahin. Bye-bye. Nein f